Lärch und Partner. Ihre Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit diesem Immo-Tipp. Wir sind heute bei einem speziellen Immo-Tipp. Wir sind nicht bei einem Grundstück, sondern beim Hauptsitz von Lärch Partner Generalunternehmungen AG. Bei mir ist der Geschäftsführer Uli Koller. Ganz grundsätzlicher Koller. Wieso heisst die Firma Lärch Partner? Vor dem Weg herzlichen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Nach über 200 Spots, die wir im TeleZ gemacht haben, freut mich, dass Sie da sind. Der Name kommt aus der Geschichte Lärch. Lärch ist in der Spaltenstein Gruppe. Die Firma Lärch ist etwa 130 Jahre alt. Und wie alt ist die Firma? Lärch und Partner ist nur 20 Jahre alt. Wir wurden 2002 gegründet und haben dann im Jahr 2008 unser Geschäftshaus da vorne bezogen. Wer sind Inhaber und wer sind Mitarbeiter? Zwei Aktienärer arbeiten immer noch hier. Ein Aktienärer hat uns verlassen. Zwei zusätzliche sind dazukommen. Mitarbeiter haben bis jetzt nur vier Leute verlassen, die nicht pensioniert wurden. In der Regel werden wir bei uns pensioniert. Der älteste Mitarbeiter ist dieses Jahr mit 85 Jahren pensioniert. Ich hoffe, ich schaffe das auch noch. Was würden Sie sagen, ist der Unterschied zu Lärch Partner Generalunternehmungen und anderen Generalunternehmungen? Wir haben uns seit 15 Jahren darauf spezialisiert, Promotionen zu machen. Das heisst, Grundstücke suchen, entwickeln und darauf zu bauen. Spannend. Gehen wir doch gleich mal in den Hauptsitz rein. Dankeschön. Nähe zum Kunden, Offenheit, Qualität, technisches Wissen und faire Preisgestaltung. Das ist das Rezept von Lärch und Partner Generalunternehmung AG. Ihres Bedürfnis steht im Fokus, denn Lärch und Partner sucht den Vorteil von allen anbaubeteiligten Partien. Jörg Holler, man sieht ja die ganzen vielen Grundstücke, die Sie bauen. Wie kommen Sie zu diesen? Also die meisten Anfragen kommen eigentlich direkt an uns. Direkt Anfragen, die über Printmedien oder über das Telez zu uns kommen. Das sind die Anfragen, die auch kommen. Und was sind das für Leute, die verkaufen? Ja, es gibt viele Private, die gerne ihr Grundstück verkaufen können. Weil die wollen nicht, dass Kreti und Präti über ein Grundstück kauft. Und die suchen jemanden, den sie vertrauen haben. Die wissen, wenn er kommt und sagt, ich kaufe es, dann kauft er es auch. Und was zahlen Sie für so ein Grundstück? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar ist für mich auch interessant, was der Grundeigentümer denkt, sein Grundstück wert hat. Und wer plant das nachher? Das ist der nächste Schritt, dass wir das eigentlich bei uns intern kurze Studien machen, was möglich wäre auf dem Grundstück. Und dann nachschlussendlich bis die Ausführungsplanung, das ist alles seit etwa vier Jahren machen wir das in-house. Und nachher ist die Umsetzung, machen das auch ihr? Das machen auch wir, ja. Das ist unser Kerngeschäft, dorthin sind wir eigentlich gekommen. Das sind meine Projektleiter, die zugleich die Käufbetreuung machen. Das sind meine Bauleiter, die die Umsetzung machen. Wir arbeiten da nur mit eigenen Leuten. Jetzt wollen wir ein bisschen nach vorne schauen. Haben Sie die Zukunftspläne? Ja, ich habe noch einen Plan quasi. Ich möchte mich gerne pensionieren lassen. Nein, Spass besitzen. Ich möchte eigentlich den Verkauf mit einer Partnerfirma den Lärchpromotionen aufbauen. Ja, jetzt habe ich ein älteres Haus oder ein Grundstück, wenn ich das verkaufen will, wo kann ich mich melden? Da müssen Sie zu mir kommen, das ist Chefsache. Und ich komme gerne zu Ihnen, schaue das Grundstück gerne mit Ihnen an, schaue Ihr altes Haus mit Ihnen an und schaue nachher, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden. Sie schätzen die Qualität? Lärch und Partner Generalunternehmung AG hat sie. Wenn Sie ein Grundstück haben, das Sie verkaufen wollen, ist Lärch und Partner die richtige Adresse. Denn Vertrauen ist gerade bei so einer Angelegenheit sehr wichtig. Offenheit, Qualität, technisches Wissen und eine faire Preisgestaltung ist das Rezept. Um diese Angelegenheit kümmert sich dann auch nicht irgendjemand, nein, wenn Sie ein Grundstück haben, auf dem ein Immobilientraum verwirklicht werden könnte, kommt der Geschäftsführer Ulrich Koller persönlich vorbei. Sie haben eine Alt-Legenschaft oder ein Grundstück. Bei Lärch und Partner bin ich Ihr Ansprechpartner. Ich würde mich freuen, wenn wir für Sie eine gute Lösung gemeinsam finden. Weitere Informationen zu Lärch und Partner finden Sie unter www.immobilientraum.info Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung.